Achso, es gibt kleine Spinnen nebenbei. Oh Gott! Gar nicht, nein! Ich bin tot! Okay, das ist Jan. Oh Gott, ich hab mich jetzt schon erschreckt. Alter, ich hab jetzt schon... Alter, jetzt schon Muppensausen. Bis zum Spiel, Dunkel. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Last Year. Chapter One ist jetzt rausgekommen auf Steam. After Dark. Bernd ist mit dabei. Wie man sieht. Hallo, ich bin Rajesh Kotrapali. Und es gibt einen neuen Killer und so und alles. Das Spiel gab es schon mal auf Discord exklusiv zu kaufen. Jetzt ist viele... Ich bin einfach durch... Bernd! Da kriegt der Spider. leider. Boah! Ich hab mich erschreckt, weil meiner wieder aufgestanden ist. Alter, ich höre die Spinne. Weißt du aus, du hast gekrabbelt? Ja. Also, es gibt kleine Spinnen nebenbei. Oh! Oh Gott! Ja, nein, nein! Ich bin tot! Oh Gott! Und ich hab... Ich hab ne Giftbombe abgekriegt. Oh Gott! 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 Ich kann... Einer versucht es gerade zu retten. Hast nicht geschafft. Oh Gott! Wie kann man die... Gesicht weg... Also ne hier... Mit dem Maustasten. Ich seh unsere Tür, Bernd! Ich weiß nicht, wo wir sind. Eee... Komm schon! Los, Rajesh! Wird... Paradox... Beschastert. Wird die Spinne stark oder kommt mir denn noch so vor? Ja, es ist stark. Ich habe die ganze Spinne geschlagen. Ja, vermutlich muss man Teamarbeit machen oder so. Ich muss das Spiel auf jeden Fall gleich noch ein Tickchen leiser machen. Na gut, das war die erste Runde. Das war die erste Runde. Nicht mal eine Minute überlebt. Geil. Auf jeden Fall so Runde 2. Mal gucken. Oh, hier ist irgendwie so ein Symbol. Okay, ich bin jetzt gerade bei denen. Alles klar. Einer schon mal down. Oh, Leute. Oh, sie kommt. Sie kommt. Sie kommt. Sie kommt. Fuck you. Hilfe. Hilfe down. Sie ist gleich tot. Sie ist gleich tot. Nein. Ich habe mich geopfert. Ich habe mich geopfert. Komm, 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 komm. Jawohl. Sauber. Nice Wohnbeeren. Läuft schon mal besser. Wir müssen auf jeden Fall da links rein. Vielleicht mit der Fähigkeit zu sagen. Oh, die Spinne ist bei mir. Die Spinne ist bei mir. Fuck. Warum läufst du denn alleine rum? Shit. Was bist du denn überhaupt? Echt? Ich komme gleich wieder raus. Ich bin tot. Was? Durch das Gift der Spinne. Ja. Wo lebst du denn noch? Ich kann noch kriechen. Ich bin noch nicht ganz froh. Ach, die Spinne ist down. Ich glaube, wir müssen in den Keller. Zu den anderen. Ich habe noch 35 lebt. Oh, kacke. Oh, kacke. Hast du mir helft? Hälfte ich. Hälfte ich. Alles klar. Ehre, Mann. Ehre, Bernd. Oh, der. Bernd. Alter, was stimmt mit dir denn nicht? Ich kann mich noch nicht sehen. Ich habe nur... Ich habe... Ich versuche mal direkt aufzumachen, ja? Oh, am Brennen. Ich gucke nach hinten. Ja, und ich bin durch. Müssen wir weiter zur Aufgabe, zu dem nächsten blauen Punkt. Aber jetzt... Bernd? Oh, Janik. Ich sehe die doch nicht. Ich bin ein Kämpfer. Ich bin Sportler, Bernd. Ich bin dumm. Ja, und ich bin Ratsch. Charakterbeschreibung. Sie sehen das Haus rein? LOL. Hier ist ein anderer Killer jetzt. Anderer? Ja. Wahrscheinlich, weil wir die Spinne komplett getötet haben, oder? Kann sein. Ich glaube... Ich weiß halt nicht, ob wir sich das ausruhen können, oder wie das war. Alter, wo ist das? Da. Oh Gott, er hat mich. Ja, nee, komm. Ja, ich gebe mein Bestes. What the fuck? Janik, du bist alleine. Ich habe ihn getötet. Ja? Ja. Ja, man kann die Tür jetzt zumachen. Versuch's auf jeden Fall erstmal. Boah. Ich habe auf jeden Fall schon mal zwei gerettet. Okay, du bist dann da hinten. Im Keller. Ja, genau. Erstmal, wir wollen erstmal dich alle wiederholen. Das ist gut. BOOSHIT! Du sagst, ich... äh... Du bist ganz voll reingelaufen. Und du bist echt gut. Du bist doch. Ja, ja, ja. Ich bin es direkter. Ja. Und dauernd. Das war Runde 2. Das war Runde 2. Geil, ich bin alleine. So, Runde 3, Leute. Wir probieren jetzt mal mehr. Ah, ich kann Sachen verbarrikadieren und so. Hä? Bist du schon da? Ah, nee, die ist davor, die ist davor. Nee, nee. Ich stelle noch so ein Ding auf. Oh, siehst du, siehst du, siehst du. Alles klar. Ich komme nicht hinterher. Yannick, ich glaube, bitte. Ja, mach zu, mach zu, mach zu. Ich hab zugemacht. Tschüss, Alice. War schön mit dir. Hätte ich ja gebumst, aber... Es ist leider jetzt. Jetzt ist es vorbei. Sie kommt. Fuck, hat mich. Hat mich, hat mich, hat mich. Ach du, Bernd. Ja, ich bin tot. Ich hab versucht, sie abzulenken. Ja, ich... Oh, Mann, Bernd. Okay, note. Wie viele leben, nur noch du? Ja, und ich bin down. Nee, ich bin noch nicht down. Okay, ich bin down. Okay. Okay, Alice ist gerade so dumm, so um die Treppen gehen. Okay, Sonne. Ich hol dich jetzt wieder. Oh, kleine Spinnen. Okay. Oh, schluss, Bernd. Oh, ich, Bernd. Lalissi. Danke, Bernd. Danke für die Bauteile. Ja, ich bin hinter dir. Okay, den geht auf. Okay, den geht auf. Wer hat das Ding wieder ausgemacht? Oh, Leute, ey. Nicht auf, nicht zumachen. What the fuck ist falsch mit euch? Oh. Geil. Lauf. Okay, boom. Ah, ich bin tot. Ich hab dein Items zum Ziel gebracht, immerhin. Alter. Versuch was, wie, was du nur kannst, Bernd. Ah, ich bin eh vorbei. Mit Rand ist das ein bisschen schwieriger. Man muss natürlich auch reinkommen und so, aber... Und das ist das so zu. Ah, okay. Schade. Schade. So, ich war... Also, ich glaub... Ach, hier wärm aber auf jeden Fall Profi, der hat ein krasses Kind. Und die laufen wir schon los. Ja, aber der eine bleibt für städte. Ich war... Ich bleib bei dem einen. Ich glaub mit den beiden. Ja, das kann ja, wir kommen jetzt. Das ist aber auch doof, weil sie warten nicht mal, bis sie auf der letzte kommt. Die laufen einfach so los. Dann merkt man schon, okay, die haben weniger gespielt. Ach, das Spiel auch Technischen. Alles klar. Kann ich bei dem lernen. Das Monster ist übrigens draußen. Ich hab's gesehen. Ich hab verbarrikadiert. Versuch's zumindest gerade. Ich hoffe, er kommt rein, er versucht reinzukommen. Kann man hier irgendwo runter, das ist ja jetzt die Folge. Ach, hier ist das auch noch ein Raum, wo man Leute befreuen kann. Was hier denn? Oh, Leute, man kann Trevin, Bernd! Ich bin so... Ich bin da. Ich bin da. Es gibt da einen Lüftungsschacht, da kann man durch, da ist man direkt da. Ja, ich hab die Spinne getötet. Nice. Ich bin alleine. Läuft auf jeden Fall gerade besser. Ja. Die Musik gefällt mir grad nicht. Ich bin bei dir auf jeden Fall. So, das haben wir. Eins haben wir. Läuft. Jetzt gerade läuft. Janik, bist du auch da? Ja. Ich bin da. Ich bin nicht da, ich bin da. Gegehen. 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 Okay. Okay, der verlangt. Schreckt euch, Junge. Ich bin vergewaltigend, der Moda. Äh, was? Ich bin gestorben. Ich hab mich geauffahrt, ist egal. Auf keinen Fall, erst können die abhauen. Wir wollen aber irgendjemanden nochmal wieder. Aber die holen wir jemanden wieder. Aber Spinne. Ja, ich bin da. Dann haben sie wieder geholt. Mich. Mich? Ja. Ja. Ich hab' nur anderen oder was? Sag' du bist alleine, ja. Ja, du bist alleine. Ich bin alleine. Okay, okay, das Tor ist komplett anders. Okay, GG. Ne, man darf nicht nur das Tor da unten, siehst du das? Was ist denn meine Perspektive? So, aber ich kriege, nee. Das war ein schönes Ende. Das war ein schönes Ende für das Tor. Alleine kriegt man sich hin. Leute, das war last year. Folge 1. Folge 1. Lasst uns wissen, wie ihr das Spiel fandet. Lasst ein Like da, wenn ihr das geil fandet. Abo da, weil 70% von euch haben uns noch nicht abonniert, was ein großer Fehler ist. Jede Abo, dadurch wird mein Baum gepflanzt irgendwo. Abo da, lasst und Glock aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Haut rein, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.